servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal mit einer enttäuschenden meldung für alle die sich auf patch 9.2 freuen danke auch an diejenigen die mich unter einem video darauf hingewiesen haben allerdings habe ich es jetzt auch selber gesehen als ich nach hause gekommen bin und mich einloggen wollte bekommt man diese meldung wir führen am mittwoch dem 23 februar zwischen 6 und 14 uhr planmäßige wartungsarbeiten durch innerhalb dieses zeitraum steht das spiel nicht zur verfügung folgt unserem twitter kanal für mehr aktuelle informationen das ist ärgerlich normalerweise war es meiner meinung nach immer so dass blizzard wartungsarbeiten schon um drei angefangen hat für neue patches und teilweise konnten die auch etwas länger gehen ja aber ich meine normalerweise ging es teilweise auch um 9 bis 10 uhr so in dem dreh gut lässt sich jetzt nicht ändern es ist wie es ist im forum selber haben sie dazu noch nichts geschrieben das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen weil normalerweise sollten da die news und infos auch immer landen ups ich befinds nur weiß ich also es ist ich kann es ganz klar verstehen es wird ein patch aufgespielt das benötigt zeit es soll ja auch hinterher alles laufen das muss man ja auch mal sagen und lieber ist es mir sie lassen sich am anfang ein bisschen mehr zeit als das dann am ende die hälfte der sachen nicht funktioniert das wäre auch kacke oder es gibt lags bugs und so weiter und so fort allerdings weil ich finde ich oder würde ich schöner finden wenn sie vielleicht damit schon ein paar stunden früher anfangen würden dass das vormittags bei uns wieder am start ist weil ich mir für morgen extra nichts vorgenommen habe und da richtig losballern wollte kann man jetzt nichts machen idees wurde dies und ja ich denke oder ich hoffe wenn wir etwas glück haben oder kann es sein dass dieses 14 uhr nicht unbedingt in stein gemeißelt ist also es kam auch schon vor dass die dinger dann einfach schneller fertig sind und dann könnt ihr vielleicht schon ab 13 uhr spielen oder so weiter ihr solltet dann diesen account im auge behalten blizzard cs eu de deutschsprachiger kundensupport von blizzard entertainment die machen eigentlich nichts viel außer die wartungsarbeiten ankündigen und wenn sie morgen durch sind wird das hier getwittert ja also dann hättet ihr hierüber glaube ich den schnellsten weg herauszufinden wann die wartungsarbeiten abgeschlossen sind alternativ rate my pizza da sind pommes drauf und gurken und tomaten das gibt minus fünf alternativ könnt ihr immer mal wieder versuchen euch einzuloggen also ich es ist schwierig da eine prediction zu machen aber ich glaube ich werde schon geiern und ab 10 11 immer mal versuchen einzuloggen einfach weil ich hoffe dass es mit etwas glück irgendwie dann doch geht aber nun ja also kleiner dämpfer für den patch day wir müssen uns alle ein bisserl gedulden bis wir spielen können die pizza ist immer noch schlecht und ja an dieser stelle happy tuesday noch wobei das nur wo ich das video aufnehme aber ihr wisst was ich meine ich wünsche euch auf jeden fall schon mal sehr sehr viel spaß morgen in oder heute in patch 9.2 lasst sehr gerne ein abo da da gibt es hier jede menge infos und wir knallen heute richtig einen raus zwar etwas zeitverzögert mein plan war es schon früher am morgen anzufangen aber das soll uns an dieser stelle nicht hintern damit habt eine gute zeit lasst euch gut gehen reingehauen